recht herzlich willkommen zur 50 folge von towns ja letztes mal hatten wir unten lager glaubt gemacht wir hatten hier ein bisschen geguckt ein bisschen schneller laufen das macht überhaupt die happiness momentan 34 ok alles prima also was haben wir hier oben ach das war ja auch fertig geworden in der letzten folge dann könnten wir doch da mal gerade diese band noch wieder neu machen so dann geht die reihe auch was dann noch hier hängt schon wieder alles voll da unten müssen wir mal gerade was ist hier eigentlich gemanagt bieren aber wir können auch bieren und apple zusammen machen und ich denke wir sollten noch ein paar zuletzt zusätzliche fässer machen damit wird die neue ernte dann da rein kriegen oder macht sinn okay das haben wir aufgegeben pause das heißt wir haben irgendwo einen angriff wo sind sie die beiden hier da sind sie zwei spinnen okay da können wir mit leben 42 hier happiness das ist ja cool könnte gleich noch wer dazukommen okay die sind hier schon kräftig am oberetage bauen wieder 43 groß da sind sie vier stück dazu vier stück dazu cool eins zwei drei vier was bitte aber ich weiß es nicht muss sich da einer was zum anziehen das die nächste frage ja ja ich mache mal hier die drei auch noch mal weil vielleicht ist es doch nicht angekommen oder ich habe schon wieder an und ausgeschaltet kann auch sein oder baut auch einer was hat schon hier so ein ding geholt magic magic bunch aber es ist nix fertig geworden okay aber das ist rüstung die wir brauchen und da kommt noch ein händler und wir haben eine pause durch den händler glaube na ja das war ja immer so jetzt ist die frage wo sind die spinnen kam hier unten ja wo weg oder ich weiß nicht mehr wo sind wahrscheinlich schon alle geplättet 25 und drei passt er bin es steigt schon wieder 24 haben wir eben war 17 das ist auch gut da kommt der händler gefahren fährt mitten durch unser esszimmer durch den vorratsraum in die küche und dann hoch in unser wechseldepot oder was nennen das will er das will er das will er auch das ist schon mal geklärt ne kannst du alles haben nimmt da auch so ist denn irgendwas rüstung ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht na ja waffen doch rüstung sind auch dabei gut was ist das hier ein wohl okay neues bild oder was nie so gesehen oder ich dachte ich könnte hoch scrollen aber das ist nicht so gewesen gut 1 1 1 1 1 und 1 und schon ist 1245 dran aber das ist egal das lassen wir mal so die rüstung würde ich wohl mitnehmen da sind auch schon teile und dann würde ich auch gucken dass da welche kommen die sich das gleich anziehen wir bringen natürlich den dreck sofort das ist auch gut das ist auch gut da unten neben so machten das holzdach schön wäre wenn sich jetzt einer hier noch mal rüstung holt aber naja das wird wohl erst später passieren das sieht auch gut aus wie sieht es mit der happiness aus schon 29 auch gut hier gibt es schon ein paar fässer die müssen wir glaubt dann mal managen bieren rein und äpfel rein passt das zweite fass machen wir auch bieren und äpfel rein wunderbar und da warte ich jetzt bis die anderen fertig sind da wird gefüttert das ist auch interessant zu sehen hier geht's gut ok 2 paar schuhe 2 brustplatten und eine hose wie kriegt er noch vier stück dann müssten wir gleich schon welche hier sich die rüstung holen oder er fährt weg wunderbar wohl wichtig überlegen wie eine rüstung anziehen da wäre ja die pro besser höher ok die sitzen hier drin das heißt sie haben nichts zu tun wenn sie nichts zu tun haben dann steigt hier unsere happiness das hatten wir doch ne oder ist hier so ein gold uniform statue wo finde ich die da 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 und dann setze ich die da hin und dann müsste der doch gemacht werden oder ja freuen die sich an dem ausgang dieser start gut hier ging es aber jetzt voran die zwei sachen da auch noch der deine ecke auch man angriff dass gerade schon wieder pause ist ok oh das ist ein bisschen schwieriger aber sollten wir auch schaffen wo waren wir stehen geblieben hier unten ne ich glaube den habe ich noch gemacht oder dann geht es in der zweiten reihe weiter da und da wie ein äpfel wie ein äpfel da auch wie ein äpfel in der dritten reihe unterwegs das erste pass hatten wir da ne ne irgendwo sterben welche kommen jetzt hier gerade die goblins spinnen und so ok sollte aber alles klappen oder sieht gut aus da und da das letzte pass noch da und da da und da noch eh schon das und das wunderbar dieses fass haben wir schon oder ne gut dann machen wir noch zwei rein weil wir es können ne da hin da hin da hin gut da brauchen wir noch acht fässer sollen sie mal bauen dann wie sieht es mit der rüstung aus die sind nur da komisch die wurstplatten ne da ist auch noch einer und da sind noch schuhe in der ecke äh wie wärs oh da ist einer gestorben sehe ich oder hatten wir 24 schon ne hatten wir nur 24 nehmen die das jetzt auch mal einer an sich ja glaube jetzt geht es oder die schuhe vielleicht noch da einer kommt zieht schuhe an einer für einen sind noch schuhe da der kommt aber auch schon wunderbar oh das ging aber flott jetzt haben wir schon wieder welche dazu gekriegt jeden stand bei 24 ne ja ja wenigstens hier hat noch ein paar Pantoffeln angekriegt da ist ja schon mal was hier passiert aber grad nix das gefällt mir gar nicht während hier die fässer schon fertig sind schon fertig sind ah ne das hatte ich das wollte ich so den auf der ecke noch das das wunderbar und dann noch die zweite reihe dann haben wir sie glaube alle passt ja irgendwie ging das mit dem duplizieren auch fällt mir grad so ein ne aber jetzt kann ich die beiden letzten fässer auch so machen ne ja blöde idee aber ist jetzt egal naja so haben wir es glaube ich testen wir das jetzt passt das gleiche da oben da sind ja auch noch so viele bäume gut ist und wenn wir dann dabei sind dann können wir hier oder da schon alles weg haben noch das hier abreißen abreißen ist gut ne nochmal und das kriegen wir da auch wieder eine Ebene weniger ja oh das hat auch geklappt mit dem holz mit den wänden oder mit dem dach das heißt da gibt es schon wieder eine reihe mehr alles im grünen bereich oder hier wird grad schon das obst von den bäumen geholt das ist gut so jetzt gehen sie hier oben wahrscheinlich hin genau so ist es im kollektiv auch gut happiness 50 wow drei heroes aber wir haben noch einen vierten raum ne oder ja aber da ist noch kein dach aber das ist bestimmt ja das könnten wir noch ein Bett reinstellen dann wird das vielleicht besser laufen denke ich mal oder so haben wir vielleicht kommt dann auch noch ein Held die Tage vorbei ne gut läuft momentan gefällt mir kurz einmal hier den Blick da rein ne da war nicht da was 148 114 nur zwei Brote ok das ist ein bisschen knapp aber wird schon werden die Schuhe sind alle weg hier sollte man vielleicht noch welche bauen das passt aber hier hat aber auch keiner was reingetan bis jetzt nein sieht nicht so aus aber egal ich sag jetzt mal ganz recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und bis dann tschüss tschüss